Ich sehne mich nach mehr Zärtlichkeit. Ich habe es meinem Mann immer wieder gesagt. Er kapiert das nicht. Er braucht das nicht. Für ihn sind seine Hobbys viel wichtiger und sein Beruf als ich. So ähnlich haben mir Frauen in den letzten Tagen geklagt. Mich wundert es nicht, wenn in solchen Situationen Frauen sich Zuwendung bei anderen Männern suchen oder sich von ihrem Mann trennen. Warum sind manche Männer kalt wie dieser Schnee? Warum kapieren sie nicht, was Frauen brauchen? Warum sind für sie Arbeit und Hobbys wichtiger als ihre Frauen? Und ich frage mich, was könnte Männer bewegen, sich mehr Zeit zu nehmen, um ihren Frauen zuzuhören, ihnen Zärtlichkeiten zu schenken? Weißt du Antworten auf diese Fragen? Ich denke, dass in diesem Bereich der Glaube Männer verändern kann. Ich weiß, wenn Männer den Glauben an den Gottesvolkes Israel entdecken, dann nähern sie sich dem Gott, der sich ihnen herzlich zuwendet. Wie der Prophet Jesaja sagt, wie der Bräutigam sich freut über seine Braut, so freut sich dein Gott über dich. Deshalb möchte ich beten, Jesus hilf uns, den Gott zu entdecken, der so zärtlich ist zu uns. Er soll die Männer bewegen, ihre Frauen feinfühliger zu lieben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020